Hallo, heute schennele ich mit dem Erzengel Raphael, dem Engel des Heilens. Sein Name bedeutet Gott heilt. Ich verbinde mich jetzt mit der geistigen Welt. Ich schließe meine Augen. Und jetzt spüre ich die Kraft und Energie von dem Erzengel. In Demut grüße ich dich, Erzengel Raphael. Du bist der Heiler für Körper, Geist und Seele. Die Menschen beklagen, dass ihr derzeitiges Leben und Sein nicht zu ihrem Wohle ist. Für sie bitte ich um deine Hilfe. Die Kranken verzweifeln und bitten dich um Linderung. Ihre Schmerzen belasten ihren Geist und ihre Seele. Bitte, Raphael, hilf all den kranken, leidenden Menschen. Erzengel Raphael antwortet. Ich, Raphael, bin der Schutzpatron und Helfer für alle. Für alle Menschenkinder, die ein Leid haben, die krank sind und meine ärztliche Hilfe benötigen. Ich sehe, welche Krankheit der Betroffene hat. Und werde mit all meiner göttlichen Macht helfen. Meine Macht ist allmächtig. Und meine Flügel beschützen dich und geben dir Wohlbefinden. Glaube, Glaube, Glaube. Ich, Derya, danke dir, Erzengel Raphael, im Namen der Menschen, für deine Hilfe und Liebe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte, meine Lieben, glaubt an die Kraft und die Macht des Erzengels Raphaels. Ich selbst arbeite mit ihm zusammen, wenn ich Menschen Trost und Hilfe gebe. Immer wieder erlebe ich darin die Macht und die Kraft vom Erzengel Raphael. Deshalb glaubt. Glaubt an seine Macht. Habt ihr noch Fragen, dann kontaktiert mich. In meinen Videos sind alle Portale ersichtlich, wo ihr Kommentare oder Fragen stellen könnt. Oder ihr ruft mich einfach an. Herzlichst, eure Derya. Und das, eure Derea. Vielen Dank.